Hallo Hallöchen, ich versuche es nochmal in einem Ranked Game, mal gucken, es lief ja eigentlich nicht so schlecht, ähm, jetzt als Crystal Maiden, dass ich das vielleicht nochmal versuche, weil das Level 2100 will ich dann doch schon noch erreichen. Und insofern ist das gar nicht mehr, deswegen... 10 Sekunden! Achso. 5 Sekunden remaining. 400, oh, dang it. Dang it, dang it, dang it. Ich werde vielleicht wenigstens was stärkeres nehmen sollen. 100, da wollen wir uns schon helfen. Okay. Okay. Mikrofass. Gucke ich mal durch, vielleicht haben wir auch ein paar nur Pech gehabt, vielleicht bin ich noch nicht nur mit... Oh, 2000 Spiele, okay. 1200, 2600, 2200, okay. 1100, 1000, 1800 ungefähr, 1200, verdammt. Ausgeglichen tatsächlich dieses Mal, was die Erfahrung angeht durch die Bank. Let's Geldieren. 700, 1200, 1100, 1400, 1300, 1801, 1100, 1400, 1500, 1600, 1600, 1400, 19 eth Rolls, 1500, 1700, 1700, 20�니다. 1600, 1701, 1860, 2100, 1850, 2100, 1700, 1650, 17und, 19 0000, 1850, 16Hmm, 1870, 18 let's Jahre lang. Ok, Bristleback, ja da ist Chaos Knight vielleicht besser, dann müssen wir es nur ins Late Game schaffen. Gegen Tinker, nicht das einfachste, jetzt müssen wir noch irgendein Support, irgendein schwacher Support am besten, das wäre mir sehr lieb, oder gleich Techies, also im Glück werden wir nicht haben. Keine Ahnung, was ich da erzählen. Hoffen wir doch mal. Ah, den kenne ich, das Bild habe ich auch irgendwo. Ähm... Denk jetzt, hoffen wir doch mal, dass wir hier durchkommen. Habe ich schon wieder abrutschen. Wenn ich die ganze Zeit jetzt in dem Bereich bleiben würde, oder erstmal in dem Bereich nicht bleiben würde, hätte ich damit auch kein Problem. Ich hoffe, was... Indeed. Ja! Ja! Faster! 30 Sekunden für die Behandlung! Okay. In die Brücke! Ich bewege. Ich bewege. Schwertig. Jetzt bekommen wir die gute Sachen. Für die Tatsache. Ich nehme an, Axe wird dann in den Jungle gehen, Chaos Knight, Solo Lane, Top. Ist dann halt die Frage... Ah, ich... Alter, ist die langsam. Hast du einen falschen Schritt? Da bist du ein bisschen falsch und dann... Da schau ich hin. Okay. Achso, QuickBuy habe ich mir mittlerweile auch hingelegt. Stimmt ja. Da muss ich mich nur dran denken. Ich kriege das nicht hin. Let's go. Ach. Dammt, Axe. Wenigstens habe ich damit einen Last-Hit bekommen. Ich halte ihn nicht. Sie haben beide weniger Leben. Das ist sehr gut. Die sind schwach gegen meine Angriffe. Zumal hast du dich für die. Erstmal Regen, da ist mir das Bewegungs... ...dann ist egal, ne? Nein. Meine Augen. Ja, ich bin davon. Wollte es nicht. Ja. Schön. Ich komme. Hey, ich dachte du wärst... Ah, du fernst es jetzt, oder? Ah, komm zu da! Hm, Chinka kommt. Oh, Chinka. Hä? Äh, irgendwo? Tatsächlich. Ich dachte so viel. Lass uns gehen. Auf! Hier ist Eisbrüche. Schade. Das ist nicht aufpassen. Ah, dang it. Das ist richtig. Ja, das geht. Ich hab dich schnelles getan. Ich war echt fast. Okay, er geht in... Ich hoffe, dass ich da rein und wieder rauskomme. Haste. Also, wenn das nicht mal... Gute Fügung ist, dass ich jetzt in dem Moment gerade haste habe. Eine Sekunde. Ich habe noch lang genug haste. Okay, ich habe einen Planversuch. Let's go. Agreed. What? Okay. Okay. Nein. Ah. Ah. Nein. Ah. Dang it. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Ja. Ich bin zu schwach. Ich hab nicht genug. Ja. 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 Okay, platz ich uns da. Das ist sehr schön. Mist. Da hat mich der dämliche Creep blockiert. Mist. Let's go. Okay. Auf Ansage. Alter, das gibt Reports. Auf Ansage, Feeden. Jetzt versuche ich gerade mal den Last Hit auf den dämlichen Tower zu kriegen. Na. Hat auch geklappt. Wunderbar. Ein Tower mehr. Zerstört. Hilft ganz gut. Was ist das? Maler angeht und so. Maler angeht und so. Give me more. Winspring. Double kill. So. Ich hab' mir auch noch ein bisschen schneller. Das ist natürlich doof, wenn sowas passiert, tatsächlich. Ah, jetzt bin ich nicht... Ah, mhm. Necron mit der Ulti. Nicht unbedingt das... ... das Schlimmste, was passieren kann. Weil, ähm... ... das ja tatsächlich hilft. Dadurch, dass der dann länger raus ist. Wahrscheinlich. Okay, chink, oder würde ich mir... Ja, das ist sehr interessant. Versuch's doch. Oh. Let's go. Sven ist low. Ich move. Schade, leider nicht low genug, dass ich den... ... kriegen würde, aber okay. Let's go. Der weiß nicht mal, wie man die Aggression vom Tower ablenkt. Oder den Tower von... ... sich selbst ablenkt. Wie auch immer. Oh, shit. Shit. Das ist Blut River, though. Äh? Illusion. I move. Indeed. Wo ist meine... Blutflut, Blutriver? Gott, wie komme ich denn hier an irgendwas ran? Oh, Reut holt sich. Okay. Wenn ich Glück habe. Ich will nicht argumentieren. Hier komme ich. Ja. Hier komme ich. Ich dachte es nicht. Boah, ist das jetzt euer Ernst? Ist das euer Ernst gewesen? Verdammt. Ich werde nicht argumentieren. Meine Fresse. Wirklich jetzt? Wieso ist er extra gestorben? Er extra noch. In die Brieche. Für die Twins. Das hätte ihn gerettet. Tatsächlich. Oh, ich muss zurück. Ich bin noch zu schwach. Komisch, dass ich so wenig bestorben bin bisher. Fällt mir nur gerade mal so auf. Ah, endlich habe ich damit mal ein bisschen Kraft. Puh. Puh. Oh, jetzt ist da oben wieder die Hölle los. Shit. Sollte ich hier einen? Ich stelle hier mal einen auf. Was? Oh, was ist das? Nein. Scheiße. Ist er wirklich dein Ernst? Was habe ich denn auf einer anderen Taste? Verdammt. Faster! Hm, ich brauch's ja nicht. Who cares. Ähm... Platzsieker ist aufgeschafft, da muss ich eigentlich mal helfen gehen. Oh, oh. Platzsieker ist aufgeschafft. Platzsieker ist aufgeschafft. Platzsieker ist aufgeschafft. Platzsieker ist aufgeschafft. meinen Kram habe ich ja eigentlich schon so weit jetzt könnte ich noch so, oh natürlich, wenn ich da mit meinem Freezing Field stehe das oh, verdammt ja, Pilate, wenn du ein bisschen mehr zusammenkommst ich werde dann jetzt wieder kein Problem was ist denn, ich brauche einen Bristol Black, den könnte ich mal sagen in die Breach ja, wenigstens habe ich ein paar Supporte äh, es ist 007 also okay so wo geht der denn hin ich hoffe mal, dass ich da Moment, Ruhe habe und weg, komm mal ex ach, was hast du vor ich werde nicht argumentieren ach 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 auch ach wie ist denn? ich bin schuf belegt Wow. Okay, ich bin, so wie es aussieht, bin ich raus. Okay, er steht an, am Kronen. Glück gehabt. Schuhe, rettet mich. Jetzt kann ich mein letztes Tango auch noch benutzen. Trinkery Point, okay. Ich weiß zwar nicht vorführe, aber, naja. Was? Oh, ja. Ah, ne, okay, er ist da hoch. Alles klar. Also, kein Problem. Das ist ein bisschen besser, ne? Ja, schön vorsichtig. Was ich lustig finde, dadurch, dass ich jetzt hier rumrenne. Ich hoffe, die sehen ich jetzt nicht. Ach ja, 0-0-9. Das Maiden doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin da rausgekommen. Oh mein Gott. Was? Ich bin da rausgekommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das wird in Hand kommen. Entstanden. Ich bin bewegt! Hilfe, deine Oberfläche! Deine Oberfläche ist unter Druck! Ah! So. Gott! Dieser Void! Moment. Das sieht mir viel zu normal aus. Ich dachte so viel. Boah! 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 Das Problem ist... Ich hab grad keinen Mana. Oh! Oh Scheiße! Ja, ich weiß... Ja, ich weiß... Ja, ich weiß... Ich hab' irgendwie so gedacht. Ja, mh... Oh ja, das ist so schwer... Ich bräuchte eigentlich mal... Vorwärts. Drop it. Swift as the Wolves of Israk. Yes! Yes! I move! Did you notice they're attacking your bottom tower? Oh my God! What's the problem? Mist! Into the breach! I'll not argue. Ich bin noch auf dem Weg. Nur, dass ich recht langsam bin. Ah, komm her. Indeed. Wo lauf ich denn lang, um da hinzukommen? Hä? In keinem Sinn. Oh, Chaos Knight ist... Ja, ich hab da kein Wort stehen momentan. Ich bewege! Unstoppable... Okay, der will ich in. Yes! Okay. So, haben wir einen... Die… 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 Jetzt helfen mir mit wenigstens noch mal einer hier, dass ich nicht gerade erwischt werde. Ich kann nicht überall sein. Ich werde jetzt mal teleportieren und wo ist der hin? Ja! Haste! Los geht's! Hier komme ich! Chaos Knight, oh... Shit, 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 shit! Yes! Okay... Hahahaha! Ja... Ich dachte so viel. Sehr cool hier. Ahhhh... Ahhhh... Jetzt wird es dann interessierend, wenn ich Freezing Field einsetze. Das wird jetzt sehr interessant. Oh, okay. ist das ein Ah, schade Frage ist... Was können wir jetzt hier schlagen? Falls sie auftauchen. Oh... Ausgerechnet jetzt. Da wollen wir jetzt noch was in... Ach! Ah! Double kill! Ah! Das Problem war, ich war in einem Moment, in einem Moment, das ist eben die Frage, nehme ich jetzt das Zepter? Das war ein Fehler. Okay, das ist eben wieder. So, wenn ich jetzt meine BKB hätte und dann würde ich selbst... ...meinster? ...at last. So, wenn ich jetzt bin. 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 Das Problem ist einfach. Oh Gott. Das war knapp. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Hätte ich schlimm ausgehen können. Vorwärts. Hätte er sich im Sturm noch gefangen gehalten im Sturm mit seinem Korn, wäre besser gewesen. Ah! 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 Let's go! Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob ich Freezing Field verbessern sollte oder BKB, aber ich glaube eine BKB wäre in dem Fall besser. Ah! So! Ah! Ah! Wie heißt das? Cooling? Was? Cooling? Cooling? Was? Cooling? Genau so wie die Axt. Die weiß ich anders. Ach, ich müsste wieder warden. Ups. Oh, shit. Double kill! Dang it. Dang it. Dang it. There goes the enemy's bottom tower. There she goes. I can't see the enemy's bottom tower. The enemy's bottom tower is under attack. Wir haben jetzt erst unseren Ausland-Tower verloren, oh Gott, ich bin schon Level 20. Ich bin vom Level her höher als ein ganz anderer, Moment. Let's go! Faster! Oh, komm, 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 nicht zurück. комп Dodger. Ich kann ja mal ein bisschen Was ist das? Guck, guck, guck Oh, was ist das? Das ist gut Kann ich mal machen Ja, keine Idee Ah Ich sollte mal ein bisschen warden Ah, okay, da bleibt für mich nichts mehr übrig Außer ich würde Was dann? Fusel, ah, okay Die sind normalerweise nicht mit warden beschäftigt Hm Ah ja, wenn du willst Oh, 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 oh Da war grad einer Uh, uh Vorwärts Blöds are runner Ja Ja Oh, komm Oh, oh, oh Okay, just as doof Ich werde nicht argumentieren. Es ist eine Schwertigkeit. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Na... So... Das ist ein bisschen ärgerlich... Boah, hat er der Glück gehabt... Shit, warum hat er... Da hängt leider keine BKB gehabt, sonst wäre ich da reingegangen... Hast du schon eine Fähigkeit hätte ich erreicht und dann... ... Ich habe eine Fischheit hier, ich habe eine Kuh und das Puls. Ich habe eine Linke, oder? Ich werde dich schnell schlafen. Ich werde dich schnell schlafen. Was ist passiert, was ich mit deinem Oberfluss? Ich habe nicht mehr als genug. Noch nicht. Ich werde dich schon aufhören. Ich werde nicht schlafen. So. Oh, was ist denn hier los? Okay. So. EKB. Und jetzt noch ein Heart oder sowas. Ohohohohohohoho. Hm. Brrrr, das ist nett. Lass uns gehen. So, mal auf und scheiß jetzt was. At last. Eis, take you! Hier ist Eis in deinem Augen. Deine Top Tower ist unter Attack. Ist das ein Mirage? Hier komme ich! Nein! Bristleback, scheiße! Und Tinker ist da, okay. Ich bewege! Komm, schaff dir einen mit, mit... ...Dings ran. Mal wie viel zu spät, aber ich habe ja nichts zum Telefon. Ich könnte Schuhe gebrauchen, tatsächlich. Und jetzt bin ich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Hey! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ohohohohohoho. Oh, Chaos Knight. Okay. Jetzt ist der kuriert. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Eine Sekunde. Dann gebe ich dem Grab noch die Wards. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt habe ich natürlich keinen... Und jetzt kommt der Nächste. Und das war klar. Oh, Rapture geht durch. Okay. Okay. Oh, die neue Strukturen sind fortified! Regenere sie! Schließlich war nicht viel. Das Problem ist einfach... Au. Blatemail. Das hätte er sich früher überlegen. Dang it! Ich hätte ne... Ah! Fuck! Meine BKB! Klar! Ich hätte selbst meine BKB aktivieren können. So ein Mist. Gott, wir haben 50 Killed. Und das ist... Ach ja, ich bin gehört im Vom Level. Crystal Nova auf jeden Fall, ja. What? Oh. Ah, MKB, okay. Klar. So, Ablenkung passt. Ah, dang it. Wirklich jetzt. Die Frage ist jetzt eben... Hat er jetzt angekriegt? Let's go. Forward. Yes. Indeed. Ja, ich weiß, dass das Ding ja fehlt. Oh. Bristleback mit Haste. Into the Breach. Ah, komm, der hat Haste. Wirklich jetzt? Na, den willst du ran? Ich will, dass es so ein Job ist. Faster. Ich dring mich hier nur im Kreis. Dominating! Ich bin jetzt auf eine Haste-Drohne mit Bristol-Bike. Ich dachte so viel. Nicht ganz so gut. Ich werde nicht argumentieren. Ja, es ist noch schon dabei. Ich bin jetzt. Oh. Ohhhhhhh What the heeeck Jetzt komm schon, mach doch den was Auf wen hat er denn seine Ulti weck geblasen? Was ist das Problem, wenn du PL nicht kontrollieren kannst? Jetzt kommt das große Problem. Das ist aber erstmal kein Problem. Ja, wir müssen schon irgendwie noch etwas verteidigt kriegen. Ich kann PA zwar festhalten, aber... Das weiß ich mal nicht. Okay. Hat er denn nicht? Wer hat schneller gerannt? Oder wäre er weggekommen? Ja. Was ist denn? Ja. Ja. Ich hab das Problem, dass wir jetzt mit Brüsselbeck hier eh nicht mehr klarkommen. Jetzt! Jetzt! Komm schon! Machen wir es denn? Warum? Oh. Oh. Das war's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Junge, 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 das nervt. Es war doch klar, dass sie im Late Game stärker sind. Jungen, Jungen, Jungen. Es hat nicht gereicht, 53, 50, die haben wir umgedreht. War unentschieden bis, da war der Team Wipeout und dann haben wir uns gekriegt. Okay. Yes. Ja, Spielvermögen, PA zum Schluss eben. Ich natürlich die ganze Zeit unten, aber was soll ich machen? Spielerlevel, das war natürlich so ein PA. Wenige Kills zum Schluss. Gott, Gott. Was soll ich sagen? Was soll das scheiße hier laufen, ne? Ich meine, ich kann auch nicht mehr machen als BKB und Glimmer Cape und mich dann reinstellen und versuchen mit der Ulti so viel Schaden wie möglich zu machen. Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen. Weniger als Chaos Knight. Chaos Knight hatte ein schlechtes Spiel tatsächlich. Mensch, Mensch, Mensch. Ah. Ach. So ein Mist aber auch schon wieder abgestiegen, ich hasse es.